hallo und willkommen zum mod house ich gehe wieder in team rot rein diesmal nehme ich aber auch wirklich meinen schauen nochmals habe ich okay ich spiele als ihr rivale ja sehr gut das ist nach wie vor laut mache einfach mal die kopfhörer wenn ihr wisst ihr mal diesen sound die benachrichtigung sound leiser machen kann schreibt doch mal in die kommentare das nicht zu leise nein oder moment ich mache ein bisschen lauter ich drücke keine tasten gerade so ich weiß nicht wie ich das geschafft habe wie sieht der ping aus gut gut siehst du aus heute frau ping steinschlag gut können wir kann ich wieder danke folge ich mit aussicht auf fleischbildchen jetzt sind halt die fleischbildchen so stark so fest wie steine und das pferd töten monster wow ach so das ist ein bisschen freund ja aber zeit dass ich mal vorstumme vorstumme gut der da baut der da baut genau ja da baut da au 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 ey dammit dammit wir hatten beide die gleiche ideen wie es scheint ach ja ich wollte pasha seitschick kicken nein wie mache ich page down nein so warum hat mir nichts getan äh so was wollte ich ach ja wir hatten den gleichen gedanken wie es scheint da hoch gehe ich nicht das bringt wenigstens da hoch gehe ich nicht das bringt wenigstens da hoch gehe ich nicht das bringt wenigstens mama mia auch schon wieder ich das mhm okay gut okay gut ich wollte die aufnahme aufsichtige fps aufnehmen vielleicht läuft das spiel noch in ticken ich bin flüssiger aber keine ahnung katapult hey ich bin doch rot okay 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 naja okay naja okay da krieg ich schreiter leidenschaft ja jawoll den habe ich verletzt nein da gut drücken man das ist ja einer von mir gewesen kann ich nicht das zack es ist ja nicht mehr das mit einem und der ist ja nicht mehr die 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 nein von hinten okay habe ich keine augen ja aber immerhin ich habe einen treffer gelettet das ist schon mal was wie sollte ich mein ziel setzen hilfe ich habe mich verdrückt das war einer von mir mann umschauen umschauen nicht vergessen es tun schon wieder die finger weh ey mann meine linke hand hilft meine bewegungs finger ich habe ihn erwischt irgendwie keine ahnung wie okay war scheinbar tödlich verletzt und hatte nur eine fleischwunde als passivfähigkeit auf jeden fall wie viel habe ich vier das ist neuer rekord glaube ich offiziell das training bringt was ihre wechsel auch so brauche ich mehr flüssigkeit in dem in frame pro sekunde ach dammit ich darf da nicht hin glückspilz ach leute nein okay das habe ich jetzt nicht geschafft okay Regen ist vorbei das ist rota wow aber das ist knapp nein es ist medic dankeschön wer auch immer mir das ding gegeben hat das ist nein ich dachte ich habe ich den bogenschützen ist wo er neben mir war aber okay mit meiner systemleistung sollte ich vielleicht nicht so rambo mäßig in die meute rein rennen aber auf jeden fall schon mal es ist die musik machen sehr gut taktik und strategie führen zum ziel ach kommt schon wie kein wunder dass blau auf dieser karte scheinbar immer verliert wenn wir die ganze zeit dauerbeschutz regeln haben hilfe ich frage mich ob ich als rotes team mit genau so viel schaden erleichter wie blaues ich bin wieder auf die finte reingefallen blutauschen freundlich ah ja ich finde freundlich müsste eigentlich bei jedem von anfang an aktiviert sein nein 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 oh entschuldigung ob er mich gehört hätte und vielleicht sollte ich den helmen auf den flachen helmen wechseln auf den ja geil hat super funktioniert da steckt ein pfeil in mir du hast einen pfeil in mir du hast einen pfeil in mir oh so knapp nein die frames es sind die frames alles es ist das fünfte und vierte mal ne oh 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 also komm ok ok was ist denn da? Nein! Entschuldigung! Hey! Er braucht Hilfe! Oh nein, ich brauche Hilfe! Hey! Damage! Na gut! Oh oh! Da haben wir wieder so einen Helikopter! Ich flankiere! Hä? Hä? Was war denn das gerade? Ah, 13 Minuten! Warum drücke ich auf die Schlagtaste? Aha! Oh! Oh oh! Ja! Das war das Problem der Reichweite! Was war das denn jetzt? Was war das? Dammit! Mann! Wieso habe ich eigentlich 6? Ja! Ja! ..! Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? ich fremd ach komm dammit ich komm nicht mit mann es ist die also sind nicht die doch das ist die frames keine ahnung der weg ist ja in ordnung aber die frames mein computer kommt einfach mit der leistung nicht hinterher glaube ich das war ja fast wie ein daumenkino gerade also nanosekundenmäßig meine ich oh man hei als ob der mich er hat doch geblockt ob der mich da vorhin erwischt hat beim vorletzten schlag ja 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 Okay, mein Fehler. Ich glaube immer, dass von hinten jemand kommt. Wie hat er mich gesehen? Oh, haha. Ich komm nicht hinterher. Im Training hat ja alles super funktioniert. Also, ich meine, das Bild war flüssig und so weiter und so fort, aber mann! Ich habe hier eine Auflösung stehen. Ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Okay, es sind jetzt auch 20 Minuten. Ich glaube, ich beende die Aufnahme und stelle mal bei OBS das Aufnehmen der Auflösung richtig ein. Weil ich glaube, das ist das Geheimnis an der teilweise Flüssigkeit. Weil auf dem Server, wo ich gespielt habe, ich habe ja nicht aufgenommen und so. Alles hat super funktioniert. Und so und bla bla bla. Es war flüssig. Es war herrlich. Selbst mit 1600 x 1200 oder was ich da eingestellt hatte. Keine Ahnung. Genau. Ja, deswegen. Um euch nicht länger zu quälen. Danke fürs Zuschauen. In der nächsten Aufnahme läuft es vielleicht ein bisschen flüssiger. Weil wenn viele Leute einfach in meiner Nähe sind, dann... Keine Ahnung. Zu 10% kommt dann nicht hinterher. Von der Recheneistung her habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Und das Spiel ist ja sowieso so gut wie fast. Ach komm. Ich glaube, ich kann auch ein bisschen anschieben. Das Spiel ist eh fast vorbei. Es sind 20 Minuten. Das ist auch ganz gut. Dann... Ah. Katapult. Ich mach mal Katapult. Ähm. Aha. Ja gut. Immerhin. Einen habe ich erwischt. Ja, jetzt. Äh. Die Flüssigkeit. Seht ihr? Wie gut sich das Bild bewegt. Äh. Es sind wieder zu viele. Auf einem Fleck. Ein. Ah. 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 Die Flüssigkeit. Der Leiter. Ja, 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 ja. Wie geh ich doch rein? Ah, nein. Okay. Oh, Hilfe. Hilfe. Mann. Na gut, okay, 450. Weniger als letztes Mal. Seltsam, obwohl ich diesmal glaube ich mehr Kills hatte. Warte ich nicht, auf jeden Fall. Ich stelle mal OPS richtig ein. Und dann schauen wir mal, wie es in der nächsten Folge sein wird. Diese Folge muss ich glaube ich halbieren. Knapp 23 Minuten, aber egal. Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Knapp 23 Minuten. Knapp 24 Minuten.